Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HERO, Zaubern mit dem Stegi. Hallo, endlich haben sie mir mal wieder geschafft, zusammen aufzunehmen. Hä, ich war doch mal dabei bei dir, nur du von mir. Ach ja, stimmt. Wie fandest du das eigentlich? Hast du das gesehen? Ja, gell? Ja, wie gesagt, ich war dabei. Achso, ja stimmt. Wie du schon sagst. Du warst aber immer total verplant irgendwie, ne? Nicht? Ja, schon. Ja, ich... Du? Also, das ist ja jetzt noch nicht öffentlich, aber ich bin halt innerlich mal der Tim und mal nicht. Ah. Deswegen könnte es sein, dass ich ein bisschen anders war. Okay. Verstehe ich nicht, aber okay. Ja, Schizophrenie, fragt dir das was? Ja. Als angehender Tierarzt. Mann, warum sagst du sowas die ganze Zeit? Genau. Oh, ich baue heute das Jahr mein Boot weiter, glaube ich. So ein bisschen Pipapo. Ich sammle gerade Skelette. Für was? Soulshard? Für die XP-Farm. Ja, Soulshard. Diese XP-Farm. Ich glaube nicht. Achso, dein Titel hieß so. Ja. Und vorher wieder haben wir geschrieben, äh... Hast du so angehört wie... Wie Tim nicht die Schuld. Nur wenn ihr zu dumm seid, die XP-Farm zu nutzen. War halt auch so. Ja, ich hab's ja verstanden. Ich wusste auch... Ja, ich hätt's gesehen, ne. Ernsthaft? Ach, ich hab' gern... Was? Hattest du's ernsthaft gesehen? Dass du's verstanden hast, ja. Ja. Gut. Also nachher. Ja. Erst hast du ja... Also, das Problem war halt einfach, dass du... Ja, genau. Oder ist das ja auch gemerkt? Danke, Herr Lehrer. Das hätt' ich echt so an, als wenn du, keine Ahnung, für mich jetzt noch ne Notion dafür gibst. Ne, du hast es dann schon noch gemerkt, zumindest. Mhm. Oh Mann, ich kann's ja hier hinten nie symmetrisch machen. Soll ich das im Livestream machen? Machen wir heute einen Livestream? Ja, genau. Hey, yo, heute Livestream. Heute 20 Uhr... Wollte ich dann ein Livestream machen? Ich weiß es nicht. Also, heute 20 Uhr twitch.tv slash Degobert und das war's. Oder halt slash Tim. Also. Hallo? Bin der Tim? Hä? Nix. Ey, ich hab' gesehen, dass bei mir, glaub' ich, echt einige gedacht haben, dass du dabei bist. Ja, einer hat geschrieben. So, hä? War's da so spät, oder warum war Tim? Ja, genau. Ich stell' mir einfach vor, wie da jetzt nur jemand sitzt und sich so denkt, hä, wie, Tim war gar nicht dabei? Hä? Doch, dem war doch der Ball. Dem ist halt irgendwie komisch. Naja, egal. Komisch, dass er eine ganz andere Folge hat und die Folge nie bei ihm kommen wird, aber... Ach stimmt. Und komisch, dass er sagt, dass er sagt, dass Stege Ecken die Zeit hat oder so oder ein bisschen behindert ist oder ein bisschen dumm, obwohl er die ganze Zeit am Folgen schillt. Ja, ich hab' dich die ganze Zeit beleidigt. Oh Mann. Naja, zumindest schaue ich nicht deine Videos. Ähm, nein, ich hab' jetzt nicht alles zu Holz, äh, zu wooden Planks gemacht. Oh, bitte nicht. Oh nein, wusstest du... Oh Gott, sehr schön. Wusstest du, wie behindert es ist, irgendwo... Oh, wo... Wo Bäume zu finden, Alka? Oh, gut? Ja. Ne, wusste ich nicht. Oh Gott, ist so laut gerade, glaube ich. Nehme einfach lieber nur, ähm, Dings... Äh, Birken. So, warte mal. Ich glaube, da war ich schon bei dem Turm. Ich darf mal hier weiter jetzt. Oh Gott, wie mess ich denn das jetzt, wie hoch ich bin. Oh nein, ich möchte es jetzt nicht falsch machen. Wenn ich gerade ausgucke, dann gucke ich hier hin. Also wenn es gerade laggt, dann gucke ich hier hin. Echt? Ja, ich laufe gerade so bis nach oben. In meinem Dorf. Oh, ich bin so schlecht, man. Oh, ich hab so viele Ohrwürmer von Boney Boy. Echt? Ja. Oh, das hat sogar echt jetzt. Oh, da war ich jetzt irgendwas komisches. Hä, was hatte ich echt letztes Mal? Ohrwürmer von Boney Boy. Okay. Ohrwürmer von Boney Boy. m ohne stürzten müssen der zwei Sensen bekommen und weg mit Fakten wieder ruhig ich kann es um die zu kaufen m und dann mit zwölfter ohr und manche auf die Partie hengen ich denke schon so so 2 7 8 9 10 11 und der 12. wird dann Holz ich glaube das passt sogar sehr gut und ich hoffe sie sieht dann auch noch gut aus hübsch wie weit raus mache ich denn so 1 2 3 4 9 was baust du gerade? meine Segel das habe ich nicht mitgezählt ich habe noch voll viel Loan für dich oder baust du es gar nicht mehr? doch doch danke also ist es in deinem Ton oder was? ne habe ich extra versteckt weil ich verkauf das nur ok 1 2 doch irgendwo bestimmt 4 hier ist ein kaputtes End wieder ein Portal sieht das so gut aus weißt du eigentlich was mit unserem Mikrofon ist? was soll denn sein? ja wann die kommen achso nein voll komisch eigentlich man die könnten mal langsam echt kommen finde ich ja wenn also du meintest ja dass sie werden dann zusammen kommen ja genau was mir so gesagt wurde und deswegen ja und deswegen kann es ja sein dass die mit den Sachen die schon fertig sind einfach warten bis die Sachen die eben noch nicht fertig sind das ist doch doof aber das ist doch doof aber ne warum ich will jetzt unbedingt mal ein neues Mikro haben ja keine Ahnung ich kann auch ohne Stand da erstmal aufnehmen oder nicht ja kannst du wie in Interviews immer in der Hand halten so ich will Stegi und warte mir kurz ich muss kurz nach vorne laufen weil ich muss das mit oder weglegen so umbrauchen wenn ich jetzt auch nicht nicht ich mache jetzt hier einfach noch so piepapo zweimal jetzt mach ich noch was was das für ein Ding und eine Schere das für ein Ding oh ich hab drüber perfekt ich dachte einfach mal muss ich ja mal ein Boot mal weiterbauen und soll das nie was nein durchgetan verdammt egal Essenz lol ich glaube ich kriege Essenzen da raus oh man die auf zwei mal rechts gekriegt ist natürlich cool einfach so eine elektrische Essenzform aus was denn aus so nem Busch hä Quatsch doch nicht doch der heißt Essenz Busch nein soll ich dir einen Poosh schicken schickt jetzt einfach echt einen Poosh weißt du was wir vorhin gemacht haben warst du da dabei nein wir haben random Poosh durchgeschaut ach so ja war ich richtig freaky alter ich keine Ahnung ich fühle mich nie wieder sicher wenn ich jetzt zack hier nein nein ich fühle mich nie wieder sicher wenn ich jetzt Pooshs mir anschaue oder Pooshs mir speicher ja wusste ich schon immer ja ich auch aber dass es so krass ist ja hast du schon mal wichtige Pooshs natürlich also von was ja von Passwörtern ach ja das ist ein Lackbild von dir stimmt von Passwörtern von irgendwelchen ja kann ich mir gut vorstellen also Passwörter ja von unwichtigen TS-Passwörtern zum Beispiel okay aber richtige Passwörter ja genau also so denke ich also so wichtig war ja okay von Bankkonto habe ich es auch mal gemacht aber sonst ich habe das habe ich nicht ich bin nicht es ist ein ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin wie sie das komisch bei mir aus ich finde aber das hier kann ich ja eh noch später alles ein bisschen verändern oh man, das ist mein letzter Flugstab, ich hole es einfach Goldini ich habe keine Lust auf den Verbrauch, aber oh, muss ich mir meine Schuhe anziehen oh, ähnlich wie der Speed Goldini aber du hast doch kein Speed bitte? aber du hast doch kein Speed weil ich mal meine Schuhe ausziehen, wenn ich mit Goldini fliege warum? weil es dann alles abstürzt, man ist doch lächerlich aber du bist doch voll schnell, oder? ja, wow ja, dann muss ich auch nicht so schnell fliegen ich glaube, mein Boot könnte ziemlich geil werden ja, wie viele hier sind ich habe jetzt einfach echt vor, jetzt mal mein Boot fertig zu machen keine Ahnung ich finde die Stadt total cool und so ich weiß auch, dass ah, übrigens wollte ich noch sagen dass ich mich auf jeden Fall auf die Seite von Dena schlagen werde weil so viele Leute bei mir schreiben so, hey geh bitte zu Simon geh den Untergrund aber ganz ehrlich nee du hast sogar nicht richtig verstanden warum Untergrund? der Untergrund heißt einfach gegen den König oder wie? ja, genau gegen die Diktatur du weißt, was ich meine ja, ja, ich weiß, was du meinst Diktak-Tatur meinst du warte, warte mal ich komme jetzt zurück das kann mich schon erwarten ich habe voll viel Dissen aufgeschaut glaube ich, also mit einer weniger viel aber schon so das sieht schon mal richtig random, finde ich hier aus dann gucke ich das einfach fünf Stück immerhin und ich habe immerhin ein ein Spawner fällig jetzt mache ich hier nur eine jetzt mache ich wieder so zwei aber insgesamt schon zwei so ich muss jetzt aber ich muss dem ganzen unbedingt noch so eine 3D-Ding geben ich muss jetzt mal schauen eins, zwei oh, dass das nicht zu hoch wird oh, ich bin voll oh, das wird viel zu hoch oder? nein, das wird nicht zu hoch passt das? na, ich glaube ja nicht hä? wir haben ja noch einen Villager in unserer Stadt ich weiß nicht und der hat einen richtigen meckes äh, Augenbrauen echt? das heißt bei uns guck dir den mal an ja, bei uns heißt es da ja immer noch Monopraue ja, aber nee klar, Monopraue hat so jemand wie Anthony Davis den kennst du zwar nicht aber der hat sowas aber der hat so richtig geschwungene meckes das ist nur eine Monopraue das kannst du dir nicht erzählen das ist richtig hässlich Mann oh Mann, kann man die irgendwie umbenennen? nein, gell? äh, nee also nicht ja doch, das sieht ganz geil aus ich muss dem ganzen nur noch so ein bisschen 3D ein bisschen Feeling geben dann passt das also ernsthaft ich lobe hier total meine eigenen Sachen aber ich finde es eigentlich wirklich total cool glaube ich oh Mann bestimmt sagen Albi das sieht eigentlich scheiße aus weil es auch scheiße aussieht nur denke ich halt gerade einfach so es sieht cool aus genauso wie das kaputte Boot cool ist ich glaube der Trick mit dem Sperrentschaden geht nicht so ganz doch, eben halt 42 ja doch passt so, mache ich das auch eben alles so jetzt werde ich das Ganze dann noch innen ausführen so oh, ich muss aber noch so viel über meinem Boot muss halt auch noch Tränen alles machen aber erst mal eigentlich wollte ich die Segel recht spät machen macht man die Segel das Recht und Niemals und ja, das wird erst mal 2D durch meine Rolle ausbringt oh ja, das wäre ganz cool ja, dann doch nicht weil es ganz cool wäre man muss erst mal gucken hier ist was drin und das war's echt nicht so viel ich weiß, wie viel du mich schon geklaut hast gar nichts ich glaube, und jenny was ne, brauchst du mir auch so viel zu lachen Lawn der Schlange hört hier noch ein Stack gar noch ein Stack wo bist du? warte ich nicht na, lass dich überraschen warte nein, das sieht noch nicht so cool bei mir irgendwie aus ganz komisch gerade oder? sieht es gut aus nein, das hätte ich nicht so schräg jetzt müssen vielleicht so schräg man, ich bin nicht so ein Schifffahrer, Mann ich? nein also letztens meinst du, dass du eine Ausbildung beim Schifffahrtsfahrer in der deutschen Marine oder was? ne, ne Schifffahrtsfahrerbetrieb Schifffahrtsfahrer am Rhein ja, und wo warst du? ja, am Rhein oh man, ich finde ihn immer noch so total cool, obwohl er eigentlich so lächerlicher am Anfang schon war oh, wie ein Witz oh nein, oh nein, wie viel habe ich noch? zwei durability man, das wird totale produktive Folge, finde ich oh, gar nicht so mein Ziel so, was denkst du, wie für dich hat? ich hoffe mal, drei Speck echt, nein nicht nein ja, drei schau dir das mal so von der Seite an sieht das cool aus das wird halt noch so 3D irgendwie, ne das ist halt jetzt mickriges 2D aber nur, wenn man die Brille aufhat, oder wie? die Fresse, Mann sag doch das geht doch ohne na, warte, ich stelle mal eben meine Optionen hier du bist der größte Pisser, den ich kenne, Mann hm wo ging denn das? nein Tim, ich brauche einen Flugstab oh bitte bitte Tim so, ich habe jetzt 3D Tim, werfen wir mal bitte wirklich den Flugstab runter also ich muss sagen, ohne 3D gefällt es mir irgendwie besser Tim werfen wir mal bitte den Flugstab runter hier im Wasser ich sehe halt gar nichts ich bin ein bisschen high, glaube ich oh Tim hey, jetzt über TNT wenn man 3D anschaltet ich habe nochmal ganz kurz meinen Flugstab lol und Fackeln sind ja auch überall voll lustig mach das mal nein, das mache ich nicht ok oh, das war nicht gut ich habe eine Idee, dass ich das mache oh, das muss ich ganz kurz raus ich suche kurz meine Säge so ja, verdammt, wo war das? bitte kann man die halbieren, bitte kann man die halbieren oh, Lone, hä, grau da muss ich Multicolors, glaube ich, ausmachen das wäre natürlich dann echt neulsterbe auf welchem Wasser bin wie hässlich was ist passiert? das 3D hat hier alles zerbumst klar, was du? wie immer? der Ozean besteht besteht einfach aus Blättern wie lustig das aber aussieht richtig ich lass das so das ist richtig cool ich laufe gerade hier auf irgendwelche komischen Steinen rum ok, der Sand ist normal aber das auch sand äh das ist das man kommt man kassenkonferenz ne, das ist nicht ich will einfach alles an und ausmachen zu gucken guck mal, bekomme ich mich laut oh oh danke so, was haben wir gesagt? ähm, pro Stück Euro 50 guck mal, ist das bei dir auch so frau, ja, gell oh man, ja, hier ne, bei mir ist pink oh, Junge ey, bautst du das hier gerade wieder auf? du spielst jetzt ernsthaft so? ne, ich hab's wieder ausgeschaltet aber irgendwie guck mal, das, das Eis also, das Wasser sehe ich erstmal gar nicht und das Eis besteht aus Blättern mhm und der Sandstein oh, das ist cool und hier der Weg besteht auch aus Blättern, glaube ich der Sandstein aus irgendwelchen komischen Zeugs und hier ja, auch hier ist es wieder normal aber komisch so so, jetzt mach ich jetzt hier das weg dann werde ich jetzt mal sortieren eigentlich oh Gott ich kann mal höre Zeit mehr 0 also 20 Sekunden echt? oh man ja, ich wollte eigentlich also ich wollte eigentlich noch die Mobs also die Spawner damit einsetzen aber das machen wir dann wohl im Livestream also wie gesagt gleich 20 Uhr dies, das ich muss noch ganz schnell was machen und wie weit ich einfach also ich finde echt nicht reingekommen oh Gott und schreib mal ob das alles so bis jetzt cool aussieht wie ein Boot hier hinten werde ich das Ganze nochmal neu machen oder besser machen ich werde hier am Rand irgendwie noch so eine 3D Ebene machen weil das einfach noch gar nicht gefällt wahrscheinlich so Cobblestone hat alles der Segen hier außen hin machen ähm ja freut euch auf den Livestream bla 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 Daumen hoch abonnieren favorisieren Tim disliken so Tim was hast du noch zu sagen? Gute Nacht du weißt, dass die mich jetzt disliken werden? nein, wenn sie nicht das war ein Spaß das kennen wir das war ein Spaß na gut, das war's ähm was haben wir zu tun Strategie disliken? also gleich Livestream bleibt dabei es wird cool vielleicht auch nicht ja, das war's wir würden uns über eine Höhung freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video oder gleich bis zum nächsten Mal Tschüss